worum ihr braucht nur zu fragen so ich habe hier ein hühnchen für dich ich hoffe nur dass ihr einen grund dafür hat mich zu stören habe ich nicht gesagt dass ihr gehen sollt nun die geschichte ist eigentlich ganz amüsant seht ich habe diesen ich habe zufällig dieses entsprechende huhl gerettet hühner reden nicht es muss sich ganz offensichtlich um irgendein verwandeltes wesen handeln zauber sprüche wie diese halten nicht ewig und können rückgängig gemacht werden das geht so einfach dass ich mich nun wirklich nicht damit abgeben muss zieht weiter mir wohl bewusst dass hühner nicht reden ja vielen dank es handelt sich um einen verwandelten mann aber dieser mann gewasser dem vorher lehrling zu sein darum habe ich ihn hierher gebracht es gibt keinen anlass um höflich zu sein warum strömt ihr euch so vernünftig mit mir zu reden erspart mir eure billigen alter magie ich habe euch diesen mann hergebracht und werde euch jetzt wieder in ruhe lassen nehmen wir mal das erste lehrling ich hatte ich habe und hatte keinen lehrling ich bringe niemanden bei was ich wartet melikamp melikamp bist du es ja meister talent hier das kack bin ich ich bin ich dein meister du bist nicht mein lehrling es ist recht unverschämt von dir von mir hilfe zu erwarten wie ich sehe seid ihr gute bekannte dann werde ich euch jetzt wohl alleine lassen lebt wohl er ist nicht euer schüler aber dann kennt ihn doch oder etwa nicht ein schöner möchte lernen den dumpf kopf darf verlangt es hingegen nur nach wissen ich betreue niemanden der nicht die auswirkungen dessen begreift was ich ihm beizubringen habe weil ich nicht bereit war die schnelle befriedigung seines wunsches zu bieten hat er mich einfach bestohlen wir reden vom vielen und zeigt so wenig ich wollte doch bloß gar keinen bruchteil der zauberkräfte lernen die ihr besitzt es hat mich mehr als 50 jahre meines lebens gekostet diese kräfte zu erwerben und dem willen sie nicht einzusetzen du bist dagegen nur ein kleinkind offen gesagt es überrascht mich dass du dich in ein altes hum verwandelt hast wie ist dir das nur gelungen als ich dich das letzte mal gesehen habe hast du noch die simpelsten sprüchlein durcheinandergebracht ich habe seither große fortschritte gemacht und habe mir ein paar dinge ausgeborgen um den vorgang zu beschleunigen das dachte ich mir wie so ansieht kannst du zwar meine hilfsmittel stehen aber das wissen wie mit ihnen umzugehen ist das kannst du mir nicht nehmen stehe still damit ich dich von diesem lächerlichen aussehen befallen kann ich werde wohl kaum mein eigentum zurück erhalten solange es verwandelt herum moment mal ich habe überhaupt nichts besetzt mit dem man eine solche verzauberung hätte bewerkstelligen können moment meine güte meli kampf was hast du genommen nichts wirklich wehrvolles ich schwöre es bloß ein paar zutaten einige schrifträume ein paar abgetragene arm schützer ein leeres zauberbuch etwas pergament ein paar ohne die idiote arm schütze in meinem verschlossenen versteckten safe ich kann nur hoffen dass die hühnerfutter schmeckt denn du wirst so lange so bleiben müssen du wirst sehr lange so bleiben müssen wie du jetzt bist ich weiß ich habe ich bestohlen aber ihr könnt doch nicht gar zu lassen dass ich so bleibe bitte meister teilt hier bitte es geht nicht darum ich dir helfen möchte oder nicht das problem ist dass ich einfach nicht die macht besitze das wirklich zu machen was du getan hast kann man da gar nichts machen wir helfen gerne wenn es irgendwie geht ich glaube der preis unsere hilfe ist gerade gestiegen was talent hier das war wirklich eine traurige geschichte aber wir haben unseren beitrag dazu bereits geleistet die glück auf euch beiden auf wiedersehen sind wir mal oder welche art und gegenstand kann ein magier wie euch so viel kopfschmerz bereiten nehmen wir mal die 2 für diese sache werdet ihr von mir nicht eine münze sehen ich werde mein geld doch nicht abends in den rachen werfen jetzt muss ich jetzt muss ich jetzt jeder muss sich um sich selber kümmern wenn ich dieser durch eine seine hühner gestalt gepeinigte kerl sein geld geben möchte bitte sehr ich glaube aber kaum dass er mehr hat als das was er mir gestohlen hat nein in dem fall gibt es keine belohung ist für uns der fall erledigt lebt wohl jeder ist genauso gut auch mit euch beiden aufnehmen können aber ich werde mich mit dem ein begnügen der geht mit diesen unglücklichen namen werde ich das mindeste tun okay warum wohn ich bloß in so einem kopf ja wie ich sehe ist euer huhn noch immer ein huhn ich bin bereit zu helfen wenn ihr bereit seid wer ich tun was getan werden muss ich benötige dazu eine komponente die ich nicht verfüge nicht zur verfügung habe eure afgabe sei mir diese komponente zu beschaffen ich brauche den kopf den kopf eines untosen wesens ein einfacher schädel reicht aus bringt ihn her und ich werde versuchen einige magische regeln zurecht zu biegen diesen dummen jungen reinkarnieren zu lassen reinkarnieren muss dem finger dazu nicht tot sein ja das stimmt da muss ein todes element im spiel sein dafür benötigen wir den schädel ich kann nicht alles erklären was ich zu versuchen gedenke aber ich möchte das reinkarnationsschema umkehren das alter des zaubers der dich verwandelt hat ist vielleicht die möglichkeit einer lücke in den magischen gesetzen zu natürlich können wir beide dabei umkommen das so ist das so ist halt das leben muss ab jetzt mit euch in ein verlies oder kerke brauchen einen schädel geht jetzt ja ja talent hier einen schädel bringen und ja ich mache das jetzt wegen den erfahrungspunkten knochenköppel wo seid ihr komm zu papa wenn das euer wunsch ist hey schloss geöffnet ein aquamarine wie kann ihr braucht nur zu fragen wie ihr wünscht hallo hallo skelette ich weiß dass ihr hier rumstreunert ach kiwan steht immer noch hier rum jetzt hängt es auch nur an zu regnen bingo noch ein kreppel ich werde mich im hand umdrehen ja ich ja mein So, ein Knochenkopf mitgenommen. Hallo, da seid ihr ja wieder, meine jungen Abenteuer. Wie ich sehe, habt ihr die benötigte Komponente. Na, dann wollen wir nochmal sehen, ob Melikamp sein Leben zurückgewinnen kann. Oder ob er als Festtagsbraten endet. Und das war's dann. Sein Körper hat einfach eine nochmalige Verwandlung nicht ausgehalten. Das sollte den Rest von uns wohl eine Leere sein. Passt bloß auf, dass ihr gefundene Gegenstände auch wirklich mit Respekt behandelt. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt, ich muss an die Arbeit. Ich schätze, ihr werdet es schon wieder auf irgendeinem Verlies abgesehen haben. Ich wünsche euch Intelligenz, denn das Glück ist vergänglich. Äh, und das hat uns jetzt was gebracht? Ich brachte Talantir wie erbeten einen Schädel, doch sein Versuch, Melikamp zurückzuverwandeln scheiterte Landa. Offenbar überstand der Körper des jungen Mannes den Schock der Umwandlung nicht noch einmal. Talantir meinte, es gäbe nichts, was ich sonst hätte tun können. Es sei einfach eine Frage des Glücks gewesen. Die Magie ist und bleibt eine unsichere Macht. Und die Heranwendung bedarf der Vorsicht. Ja. Gut. Ich glaube, das hatte ich auch noch nie, dass das Hühnchen gehühnchent wurde. Ihr braucht nur zu fragen. Oh, Kampfhund. Das wird kein schneller Tod. Ach ne, das sind Bildhunde diesmal. Keine Kampfhunde. Bildhunde macht doch irgendwie mehr Sinn. Oh, noch mehr Knochenköppe. Oh. Oh. Na, Vikonia kriegt ein paar ab. Worum geht... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lass sie uns ordentlich verbrechen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das heißt, jetzt geht es erstmal nach Naschkel. Und dann nach da drüben. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, jetzt können wir Tarius Bescheid sagen. Habt ihr Hager schon gefunden? Wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Habt ihr Hager schon gefunden? Wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Also, ich bin nicht ganz sicher, ob Hager dabei war. Aber alle, die mit Krill zu tun hatten, erlitten ein unschönes Ende. Oh nein. Ich kann das nicht. Hager war unter ihm. Das spüre ich. Ich weiß, er hat mich verlassen. Aber dennoch... Mein armer Hager. Wie ist er gestorben? Bitte erzählt es mir. Er starb im Frieden. Aber Krill, diese Frau, der er folgte, war dafür verantwortlich. Sein Tod war grauenvoll, aber wenigstens ging es schnell. Sein Skelett sprang aus seinem Körper. Ich meine wirklich. Und Fleischbrocken flogen in eine Richtung weg. Das war vielleicht ein Anblick. Als ich sein spektakuläres Ende beobachten durfte, dachte ich die ganze Zeit nur, Autsch, aua, meine Fröße. Es war fantastisch. Krach, Boom, Peng. Und dann dieser Regen aus Körperteilen. Was? Ich kann nicht. Ich wünsche, ich könnte ein Bild davon malen. Aber dafür gibt es in allen Reichen zusammen nicht genug Farbe. Nun beruhigt doch doch, Weibs. Es fehlt euch noch das Hülschen weg. Ups. So kann man den Ruf auch verschlechtern. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Aber das war jetzt gerade einfach geil. Das war jetzt wirklich, wirklich geil. Ich musste es einfach mal ausprobieren. Dass man da auch nicht abbrechen konnte. Das war jetzt auch nicht abbrechen. 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 Ja. Habt ihr Hager schon gefunden? Oh nein. Ich kann das nicht. Sein Tod... Hager war unter ihm. Das spüre ich. Ich weiß, er hat mich verlassen. Aber dennoch... Mein armer Hager. Wie ist er gestorben? Bitte erzählt es mir. Sein Tod war grauenvoll. Aber wenigstens ging es schnell. Es ist wohl besser, dass mir nicht alle Details bekannt sind. Ich danke euch für eure Hilfe in dieser Sache. Ja. Aber ich muss nun fortgehen. Ich brauche Abstand. Gut. Wie ihr wünscht. Tappen gab es hier noch nie. Daraus könnt ihr euch aber verlassen. Hm. Hm. Ihr verbringt viel Zeit mit Reden. Obwohl wir diese Leute problemlos aus dem Weg schaffen könnten. Ihr könnt ihren Worten nicht trauen. Nur ihren Taten. Ja, manchmal ist Reden einfacher als Kippen. Das mag auf manche zutreffen. Aber nicht auf Dorn, ihr Kahn. Ich weiß nicht. Ihr seid recht wortgewandt für einen Halbock. Ich liebe es, wenn ihr über euch in der dritten Person spricht. Dann kriegt ihr Gänsehaut. Dann haltet den Mund und überlasst mir das Reden. Ich glaube, ich kann ihn anmachen. Ihr seid recht wortgewandt für einen Halbock. Was? Ihr wagt es, mich zu verspotten?